Herzlich Willkommen zum Swimming Pool mit Goro bei Fisk, Kunran, Juliversal, Dalukat, TauTau, Botstar und mir Nephias. Und es riecht hier ziemlich nach Chlor, nachdem Botstar im Wasser war. Ach Pipi! Du hast gleich Pipi in den Augen, Juli, wenn das auf Null runter geht. Das stinkt aber nicht so. Ne, wie dat im Becken bei dir. Oh, der war nice. Goro, ich möchte dein Assistent werden. Schön riecht. Okay, Nephi, warte mal hier. Fett. Gibt's überhaupt ein Babybecken? Noch hab ich. Babybecken? Cool. Wusstest du das nicht? Würde ich sagen, oder? Hey, da schleppert einer raus, zieh rechts. Mach das mal kurz warm hier. Dalu, hier. Was denn? Dalu, hier. Komm. Wir müssen aber wen töten, sonst haben wir keinen Mordfall. Komm, wir keinen Nephi. Nein. Nephi ist schon für den Sheriff. Ach so. Ja, ja, ja. Ich bin auch schon, ich hab schon den Assistent. Aber Dalu, Dalu und Nephi sind safe. Aber der ist auch schon aus. Hey, wer hat das aufgemacht? Ich geh rein. Da ist die Kaffe. Ich bin auch drin. Alter, geil. Fisk, Fisk, Tautau, Fisk und Tautau sind mit mir im Traitorraum. Ja, Dufi und Tautau sind hier drin. Ich mach mal zu. Mach mal auf. Das ist schon wieder. Ich kauf den Dufi. Können wir als Inno eigentlich... Warum sind jetzt alle ruhig? Wir sind noch im Traitorraum. Fisk und Tautau sind noch im Traitorraum. Ach so, ne, da passiert nix. Drück mal drauf, Dalu. Ist John auch im Schwimmbad? Wenn der Inno draufdrückt, geht der Pool nicht zu. Dalu. Dalu. Und Eversafe. Er hatte schamlos ausgenutzt. Oh, er hat schamlos ausgenutzt. Oh, okay. Ernsthaft? Warum hast du mich nicht abgeschossen, Dalu? Warum bist du weitergegangen? Ich dachte, ich habe den Dead Ringer noch nicht aktiviert gehabt. Ich wollte mich in die Ecke setzen. Ach so. Das war mega merkwürdig. Ja, wie bist du gestorben? Ja, wenn ich einen Dead Ringer gehabt hätte, wäre ich ja unsichtbar gewesen. Ja, das stimmt. Du hast dich so gebückt und bist so langsam weitergegangen. Das lief echt super gut. Ja, Julie, du darfst auch den Friendship nur schieben. Wer hat hier eigentlich gesagt, Dalu ist safe? Ich. Und Goro hat das gesagt. Ja, Goro hat das auch gesagt. Goro hat das gesagt, ja. Sheriff Detective. Doktor. Er war safe. Entraut. Good work. Das macht Nancy immer. Nee, gestern war auch ziemlich krass. Was ist da wieder passiert? NANCY ist da nicht so gut auf. Na, hast du mir doch den Dead Ringer zugeschmissen, aber auch schon mal. Wesentlich hat das ich gemacht. Ich fertig jetzt, ne? Jetzt nehme ich die andere Rutsche. Oh nein, die geht woanders hin. Hey, Fisk! What, das war die Rache für Dalu. Ja und? Die Einzige die hier rutscht? Ja und, Fisk? Dafür muss Dalu jetzt auf Fisk schießen. Eigentlich schon, ja. Das ist ja der, 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 der. das ist der kreislauf des lebens also bitte das ist schon wieder nefi mit dem sie noch zurück nein wo seid ihr denn kinder auf die golden die goro wann bist du verwundet während und mal hinter dem hier geht es ja weiter der feuer magier ist nur erlaubt ohne zu schießen also das hat den fall springen nur springen mit er aber ziemlich cool trotzdem kannst du genauso gut ich finde es ziemlich cool ja jetzt ist schon seit einer stunde im bett und ihr macht hier so was und das nach den ereignissen woran ihr wieder denkt ja das ist so böse kinder mit den heilgranaten habe ich erst verstanden als ich die folge hochgeladen hier ist tot warum ist hier tot hier drin in dem raucher stübchen hier das war nicht verabsichtigt warum ist er tot ja in den kommentaren hat er geschrieben ha ha nein ich habe ihn ja konfirmt oh ja das geht natürlich auch so wer hat goro getötet ich wollte eigentlich nur andere kamen raten ne wie wohl der korn noch mal was denn was denn da wo was hauptsache es wird immer gefertigt werden goro getötet jetzt ob sich irgendjemand freiwillig möchte ich so ja das war ich kann noch mal sein irgendwann hey da ist noch einer total da kamst du doch grad her hier ist tot ja ja und von hier kommt es ist tot aber er wird gesnipert wo weißt du das botster du bist du drückst dann siehst du das doch ich trage bei dir auch gleich 11 hast du gekillt nein ich habe ihn konfirmt das heißt ja nicht was war das das heißt sie trifft ihr auf die entfernung nicht was soll denn die scheiße gut botze wen gehen wir jagen was wen gehen wir jetzt jagen die hat neben mir auch eben schon auf mich angewendet weil da nur da oben rum ist ein alberner mit einer diegel gerecht bei grans ist es was denn die fisk ist schon zehn minuten tot was soll da er war es er hat julie nämlich wirklich getötet sie sagt nämlich nichts mehr auf einmal ich habe das nämlich beobachtet ich war zufällig auf julie geschossen zuerst dachte ich wäre das ja dann ist ja der Fall klar was du dachtest du wärst das ja aber auf der entfernen okay nichts sagen ich hoffe ich klinge zu richtig oh ja er war es er snipet auf mich verdammt nochmal ich ja hier nefisch hier ist deine leiche ja uuuuuh was ist deinem Traitor Raum ist hier noch drin da ah ne jetzt knall ihn ab es ist wirklich er ich hab meine Waffe nicht gewechselt ich hab alle aber mal angezündet das war fair das stimmt jetzt ist unfair kunden wow wollte ihn grad überrollen das dicke Botster Fass was war das irgendeine Silenced Rifle hab ich gekauft sieht komisch aus bei mir gerade Silenced Rifle heißt die einfach nur ja wer hat Kuchen getötet Warum meldet sich dann immer keiner? Ich verstehe das nicht. Ich weiß nicht. Ja, ich hab's versucht, Goro. Willst du die Galil? Ja. Ach ja. Wieso, was anderes? Such dir die Anfield. Ja, Julie hat doch noch gefragt, wen wir jetzt jagen. Ja, dann sagt er dich und tötet mich. Dann hab ich gesagt dich und dann... Nee, nee, ich hab jetzt Trenchkan gefunden. Und dann war er ein Verräter. Trenchkan find ich auch nicht. War den allen egal. Ja, ich hab's schon gemerkt. Ich bin raus. Die machen wir fertig. Die machen wir fertig jetzt, ey. Bist du schon morgen mehr fertig jetzt? Ich versteck mich in einer Umkleide, Julie. Wenn du mich findest, gibt's ne Überraschung. Oh Gott. Sagen die im Wald auch immer. Sagen die im Wald auch immer. Sagen die im Wald auch immer. In was für Wälder gehst du? Tau, tau. Fiskis, freundsie hier. Warum willst du das wissen? Nö, ich stalk Fiskis. 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 Geil, ein kleiner Schreck ist zur Tasse geworden. Fiskis ist glaub ich, oder? Das ist tot. Das ist tot. Ich schmeiß nicht. Ja, dieser spinnt hier. Hab ich sie. Alter. War doch nicht tot. Er hat alter gesagt. Ausschneiden. Ich dachte erst, sie hängt an dir. Ja, ich auch. Ich hab sie dem nicht mehr gesehen. Hey, ich wurde angesnappert. Hey, hey, hey. Wer war das? Ich gucke in den Kabinen nach. Nein, Juli, warte. Vorsicht. Ich guck überall anders. Da hinten. Es ist. Nefi. Ich war das nicht. Ich bin hier gerade erst hingekommen von da hinten. Nefi ist es, Leute. Ich hab schon nur ne Nimbo. Nimbus. Nimbus 2000. Ich war das nicht. Hallo, ich bin hier. Hallo. Nefi ist vor dir. Nefi ist vor dir. Es ist. Was ne Lüge. Hallo. Hallo, mein Meister. Dalo hat ein Messer in der Hand. Dalo. Nefi ist immer noch bei dir umkleiden. Lüge. Tautau. Rechts. Ah. Jetzt ist er tot. Wow, ey. Hat er echt ein Magazin gefressen. Der andere ist Dalo. Mit seinem Gesicht. Ey. Ihr habt doch wohl gesehen, dass er mich angegriffen hat. Der andere ist Dalo, Tautau. Okay. Wo ist er? Da hinten bei den Kabinen. Nehmen nur noch wir vier oder was? Ja. Wo sind die anderen auch noch da? Ja, alle tot. Der Kunde ist auch noch da. 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 Fisk ist tot. Der wurde von Dalo getötet. Ja, das ist Dalo. Also eben hat Dalo sich in einer der Kabinen aufgehalten. Fisk ist tot, ey. Das nur weil er die Trench gegangen hat. Ach, das kommt dran. Da ist Tautau, wird gerade Anges. Aber ganz hinten da ist er. Wenn die Anges, mal nicht. Ganz hinten? Ja. So, ey, du. Warte, 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 warte. Er könnte auch ein Spind sein, oder? Nein, der ist hier. In dem anderen. Oh, was ist das? Oh, was ist das? Oh, was ist das? Oh, was ist das? Alter. Ey, komm, du bist so bescheuert, Mann. Bist auch bescheuert. Die kam wieder gerade runter, ey. Die ist genau vor der Tür gelandet. Das hätte sogar geklappt. Ja, hätte auch. Aber die Druckwelle hätte dir auch Schaden gemacht, oder? Die hat mir Schaden gemacht. Nein, ich meine Dalo gerade im Raum. Hätte er die Tür zugemacht. Ich wollte noch auf... Gezüffelte. Nein, 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 nein. Alleine die andere, da war mir schon klar. Ah, jetzt muss was passieren. Die andere, die andere. Ich wurde angesnipert, ja, ja. Du, der Einzige, der mich von da aus unsnipern konnte, wärst du. Angesnipert. Ja. Ja. Diese Silenced Pistol, die ist super. Ja. Kannst direkt immer sagen, es muss sein. Ah, CD Enfield. Alleine als Tartar gestorben ist... Ich will dir die Plasma anhängen. Hallo. 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 Hängen Sie Julian, ich habe nichts gesehen, Detective. Okay. Ich bin der Detective. Ey, da... Die Tür ist wieder... Die Tasse ist wieder der Trailerraum geworden. Sieh her! Gab's hier nicht mal so eine Riesenwelle? Jeder kann sich nach oben porten. Das stimmt nicht. Das geht nicht. Natürlich! Physikalisch unmöglich. Ich dachte, hier gäb es nur so... Wenn Dalu jetzt... Aaaaaaah! Ciao Ciao. Da kann man nicht rechnen, dass der Schuss durchgeht. Ich wäre echt nicht mal durchgegangen, ich stand vor ihm. Ja, was kann ich noch hier? Nee, der hat sich nach oben teleportiert. Er hat die Tür geöffnet. Er hat die Tür geklaut. Ich glaub es ist Konrad. um das was tut schon umzingeln wir ihn umzingeln wir ihn umzingeln wir ihn wenn er inno wäre ja schon umzingeln die kammer blocken los fest macht ein friendship ich bin ich bin das ich bin das ich bin ich bin das nicht bei euch ist der bieber botz der mann muss den knopf drücken um und dann schießt auf grenz nach oben können trotzdem nur die traiter das ist so eingestellt der kornal auch abhörter hier oben können wir die traiter umbringen so ein paar jungen woran friendship wenn ich jetzt schon auf die gelbe zu was hat was habe ich die gelbe zu kiel die gelbe zu klamydien klamydien wenn es geschossen komm den beckenrad nicht hoch ich will action Die volle Ladung, oder? Ja. Das sind wir genug. Ey, ihr habt auch echt eine Klatsche. Die kann man nicht aufheben genug. Ja, leider. Passiert nix, muss Kunra sein. Boah, ich hab den Schuss nicht gehört. Ja. Das will ich aber auch. Das kommt in die Küche in den Thron. Man hat mich getroffen. Renzi? Warte. Hey, du hast doch noch 100. Hey, Julie! Ich muss auch mal meine Ladung auslassen. So. Deine Ladung auslassen. Bin ich jetzt? Ich hab' ich seh' nicht. Botser, Botser, der hat mich geschossen. Du hast noch 100, oder nicht? Nee, es ist Nephi, Nephi. Der war es da. Nephi. Wer jetzt ruft halt alle Namen. Ich sag' es Botser, wenn er noch lebt. Ja, er, ich wurde angeslipert. Du warst doch Kuntra geschossen. Du warst doch auf Kunra geschossen. Kunra ist wirklich tot. Ja. Aber das war ich nicht. Er wurde von Nephi abgeslipert. Scheiße, geh in Deckung, go. Das war ne Shotgun-Sie-Nachung. Ein Baby kam von. Leute, ich glaube, es tut immer ein Traitor. Er hat das Baby geschossen. Seid ihm ehrlich, ich hab das. Zeile ist AWP auf dich. Er labert. Er labert, oder? Recht. Dann muss Nephi der andere sein. Oh, scheiße, warte mal. Ich glaub, du bist das Machen. Nein, 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 du hast nix gesehen. Verzügt. Er kann dir keine Silence gehabt haben, weil er doch das Baby hatte. Aber warum? Oh, fuck. Boah, Grants. Grants. Das der damit durchkommt. Naja, das Opfer war ganz gut. Sorry, ich hab das nicht so geplant. Ich wollte das hier rüberhauen. Die Blutflecken, ey. Aber es war ganz gut im Nachhinein. Schweinerei. Nephi, ey. Aber ich dachte, ich dachte, der Dalu hätte Fisk getötet. Ja, ja, dachte ich ja auch. Hat er, hat er auch. Ja, er auch. Aber warum stand das denn nicht im Chat? Aber weil er noch einen gut hatte. Nee, vor allem war es Baby. Baby zählt nicht. Ich hätte eh noch einen gut gehabt. Baby zählt nicht. Trader hat zählt. Wie, ja, er kommt. Baby zählt, ja, nicht. Baby zählt, ja, nicht. Bei dir hat er oben ein Pixel rausgeguckt, ey, und er hat getroffen. Ein Pixel hat rausgeguckt. Und bewegt habe ich mich auch nicht. Zensiert. Du hast dich bewegt. Fisk hat immer die AWP. Und den Friendship-Team. Aha, was macht ihr da? Ich will hier weg. Und besser mit dem Eisneil. Nein! Dead Ringer. Hier weg in der Botze, da ist sie am shoppen, Alter. Wo shoppt er? Juli. Hm? Du hast den Traitor-Schwimmbag. Genau so genau. Nee, die Töten. Kann gar nicht sein. Tautor ist es! Tautor ist es! Tötenstöten. Leute. Da ist es! Tautor er advociert. Er ist oben, gerade so. Oh! Was soll das? Sed tide ist es schwierig? Juli. Du hast jemanden gemordet. Ich habe nicht gemördert. Gemördert. Da war auch noch einkratt. Ich treffe mit der Scheiß Gun nix. Das sagen sie jetzt alle. Es war so random, was da passiert ist. Das war so random. Sollen wir Daron und Nephi wiederbeleben? Ja, aber warte mal, bevor ich sterbe. Ich belebe ihn wieder. Aber so, dass er sich nicht bewegen kann. Ich lege noch einen Fass auf. Geht nicht, das geht zu. Okay, warte, hast du ihn versiert? Ja, ich hoffe. Ne, warte mal, wir legen erst mal die Waffen weg. Warte, go. Ja, leg die Waffen weg. Ich brauche noch eine. Ihr seid so grausam. Oh, das Fass ist drauf jetzt. Alles gut, Dalo, geh weg. Okay, er hat keine Waffe. Ich bin in eurem Team. Und im Hintergrund geht der Friendship. Okay, okay, Dalo, bist du bereit? Ja, ja. Nein, 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 nein! Weg hier! Was tut denn ihr? Warte, 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 ich hab noch einen! Ich hab noch einen! Ich kann doch nicht so schnell raus! Oh nein! Hör mal auf, Juli! Wir haben Spaß! Juli, ey! Ich muss euren Spaß unterbinden! Wir leben ihn einfach! Das passt schon, ich weich auf! Alles klar! Das passt schon! Juli, wir haben ihn zu tun! Ey, Juli! Woohoo! Ich hab hier auch zu tun! Wir leben ihn! Das passt doch! Grand Save! Das passt doch! Der will nicht mehr beleben! Warum bist du zu stoffen? Oh! Dalo, natürlich! Ey, lass mich! Ich darf auch mitmachen! Mann, oh! Wenn Goro mich nicht vorhin noch erschossen hätte, hätte ich sogar noch Flüchtlinge! Was im Wasser hätte ich nicht gehabt! Das ist mit nem Knochen sagt er immer! Faul ausredest! Ja, aber den Kill hat Goro gemacht an mir! Ja, ja! Er hat abgestauselt! Mann, hätte er! Warum ist Tautor eskaliert? Ey, das war völlig dumm! Der Tautor hat einfach random rumgefallen! Und Juli hat mich wieder geholt! Sorry, darf ich auch mal eskalieren! Hol mir die Leute! Ich hab' diese Runde so viel Scheiß zu machen! Ach, Mann! Wer neuerdings bin ich als Detective richtig schlecht! Oh, Fiskleider bin ich inno! Sonst hätte ich geschossen! Wuh! Hallo! Wer kauft? Da, hallo mit dem forbidden Items! Dann, äh, freie, freie Bahn auf Nephi! Wegen die Aussage! Weil er es ist! Glaub ich aber auch! Er schießt auch auf mich! Nephi hat geschoppt! Typischer Traitor! Ja! Nephi hat geschoppt! Von typischer Nephi! Nephi hat geschoppt! Und da gibt's noch zu... Hier liegt noch Blut! Hier liegt Blut! Ihm wird das Gehirn vielleicht liegen! Alter, Dalu hat Chili gegessen! Wollen wir voll die riskanten Manöver jetzt? Warum ist denn daran riskant? Haha, verarscht! Goro war's! Goro war's! Goro! Hey, hey, Julie! Hey, hey, hey! Goro! Hey, Julie, geh da rein! Geh da rein! Goro hat... Kann da nicht rein! Du bist es! Hey, Julie, es ist! Du hast es aufgemacht! Das können doch nur Traitor aufmachen, oder? Erst schreien, dann fragen! Dalu benutzt verbotene Dinge! Das kann man nur als Traitor aufmachen, oder? ja und botz hat es aufgemacht irgendwie nicht doch ich schwöre ich weit da das wasser brennt und komet das ist jetzt noch nicht wir haben wir noch und die redet noch doch er war doch im zeigte ich bin lebt wieder wollte ich noch mal sagen hinten bei den unkleiden hinten bei den unkleiden sind sie gehen gerade jetzt nicht mehr ja richtig erwischt oder schade das war so jetzt botster und goro kill jetzt wieso jetzt erst julie weil noch nichts passiert ist ich will blut sehen schon einmal tot nichts passiert doch einmal im monat blut was weißt du beim gehänge ist es anders ach goro wofür belegt man dich denn in zwei leben hast du kein inno gekriegt und dann zitiere ich noch mal ich bin in letzter zeit so schlecht als die tag war das eine seiner stärkste ja und julie eskaliert obwohl sie den raum ich habe ich weiß nicht mal wie es geht aber ich dachte das geht mal hör auf mich zu hypnotisieren das war knapp ich bin die ich renne seit rundenbeginn renne ich in der nähe er hat er hat die er hat ab und er hat den fiel wieso hab ich das er ist schon da und ne wieso ihr habt keine polizei er ist tot wir suchen den anderen ich bin ich denke er hat gesagt ich finde es okay dass du zu mir spaß das geht einst so weit ich bin schmerz wer eskaliert ist tot er lebt wirklich wieder sich nicht nicht mehr ich war es ja ich bin safe ist kack und nichts kaufen das hätte ich mit dem baby gemacht ich dachte schon in einem raum so hat er jetzt geschafft oder nicht ich habe mich doch extra umgedreht so ist er immer noch hinter mir doch aber auch hier kannte habe da reingeguckt und dann bin ich wieder hinter der herren auf einmal kam das und dann glaube ich die mikro und du willst wieder um die kunden für die beleidigung vorhin ich brems mit dem arschbacken ja ich brems okay und los warte mal dann ist ja ja das schießt auf dem daten die ganze zeit da geht aber noch eine runde weil sie schießt mit der railroad einmal auf goro und fit eskaliert ja ich habe das gesehen ja ich kam runter und die hapune lag auf dem boden ist gegen die rutsche geflogen und kam mir wieder entgegen tja ist halt aus stil ne star dass ich also selber mit der wunde erledigt ja getötet nicht ist neben mir zurückgekommen aber ich habe sie halt mindestens zehn meter weit geworfen und sie kam mit ganzem weg wieder zurück jetzt habe ich keine waffen hier seid ihr bescheuert das war echt uncool alle waffen weg safe kill ne wieso verfolgst du mich gedrängt hier wird niemand gedrängt alles freiwillig da ist ein baby geflogen kommt ein baby geflogen hinter mir da kommt jeder rein schon wieder fad regelt alter fad regelt alter fad regelt er konnte nämlich wirklich faden fad regelt sagt er der kauf n d und gib mir ich dacht dass wir ich schieße ist verboten es geht doch ins wasser nur Ich schieße nur ins Wasser, die geile Animation. Fist ist wieder Traitor und lungert irgendwo mit ner AWP. Ich lungere überhaupt nicht, ich hab grad Tauto. Die Lungerer. Lungerer. Fist lungert hier rum. Ich weiß noch von Juli rum. Weil ich gar nicht lunger. Lunger oder Gailer? Gailer. Ihr geilen Gailer. Fist, du geile Gailer. Mach die Schotten auf. Und stack dir das hier ins Gesicht. Fist? Fist ist tot. Okay. Ich wollte grad schießen, Go. Ich hab's grad gesehen, ey. Haut rein! Ciao!